Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Balls App, Budokai, Tenka, Chufri Und ja, hier sind wir ja wieder in der Special Saga, der ultimative Kampf, 3 Super Saiyans Okay, wir müssen jetzt gegen, äh, fuck, ich hab den Namen vergessen Epic Fail, ähm, gegen 13, äh, gegen Nummer 13, glaub ich Und schon wieder, ähm, also irgendwie bleiben wir auch immer der Goku, der die, äh, Kamehameha kann Machen wir dann mal eine Meteoritenkombination reinhauen, ich hab da irgendwie voll Bock drauf gerade Gib ihm Schön Ja, auf dem Boden liegen und dann haben wir eine Kamehameha drauf Kann man mal machen, muss man aber nicht Ich lade mein Team Bis in die Unendlichkeit und auch viel weiter Oh, Junge Ja Äh, nein Genki-Dama, du gehst mir auf den Sack, Junge Alter Volltreffer Och nee, was machst du da? Äh, äh, Junge Alter Oh Heels, fuck Trunks Nee, wir geht da Ja Mein Main Mein Main Jetzt gibt's aufs Maul Oh, Junge Jetzt Final Flash Ah, nee, Final Flash ist jetzt was anderes Nein Ah Ja, wie geht da? Lass jetzt nicht nach Jetzt Oh, Big Bang Attack Schlecht war das schon mal nicht Wahnsinnsaufprall Ich glaub, den hab ich noch nie gemacht Wahnsinnsaufprall Oh, cool Oh, cool Hat geklappt Pah Fußball Oh, das war dann doch ein bisschen Volleyball noch mit drin Maximaler Fläscher Aber So Okay, okay, okay Jetzt, Max Oh, shit Als ob, wie groß ist dieser Angriff Maximaler Fläscher Ich drück mal auf 1 Trunks Alter Mal Irgendwas mit den Händen machen Bam Ja, da kannst du nur blocken Was willst du da machen? Oh, Brandsturm Cool Feuer, Feuer Alter, ich mach dich mit meinem Schwert fertig Wenn's einig was Hier Alter Jetzt aber Front Attacker Hui Okay, hat nicht geklappt Alter Alter Okay, jetzt reicht's Nein Okay, easy geblockt Alter Alter Er spielt mit uns Pingpong Alter Okay Ich drück auf 1 Kommt Boku jetzt nochmal Er verwandelt sich aber auch nicht im Super Saiyan So Ja, komm Nimm mich nochmal durch Nimm mich nochmal durch Jetzt reicht's mir So Okay Goku ist verdammt stark auch so So, Genki-Dama Dem kann er nicht ausweichen Ist so groß wie sein Scheiß-Angriff So Finish Tja, du warst doch nicht so stark Super 17 Äh, 13 Ich immer mit 17, ey Seitdem ich GTU geguckt hab So Nimm mal 1000 Punkte 1500 sogar Oh Cross Ripper Cross So Spieldaten speichern Ja Das ist immer das gleiche Mann Naja, wenigstens hat das Spiel Keine so langen Ladezeiten So Oh, legendärer Super Saiyan Dann geht's mal los jetzt So 7, 8, 9 So Schade Alter Ich bin Broly Ja Was willst du machen Ich bin Ich bin der legendäre Super Saiyan Er juckt mich einfach nicht Er juckt mich halt gar nicht Was willst du Kakarot 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 Pekko Oh, er hat mir eine Leiste gezogen Aber es hat irgendwie doch nichts gezogen Nein, bitte Das kann ich immer RIP Nein So Warten wir mal bitte auf Omega Blaster Bäm Habe ich ihn getroffen? Ne Oh Gott, wie geht er, du Pussy So Gib Och Mann Bitte Mann Warum hat Goku auch angefangen Neben Neben Broly zu weinen Bäm Hallo, ich bin Broly Ich muss dir aufs Maul geben Oh Junge Okay Also Ich verlasse mich gerade echt ganz schön auf So Auf meinen Move Alter Gigantischer Hammer Bam Bam Oh Ach du meine Güte Das war jetzt OP Vorsicht Lass ihm keine Chance Ja doch Ich lass Er lässt mir ne Chance Omega Blaster Komm her Hier Bäm Kannst du ihn bitte aufs Maul geben? Oh Junge Danke Danke So Gib ihm Oh gib ihm Berühren So Next one please Vegeta Vegeta Oh Okay Gerade stelle ich mich besser an als sonst Oh mein Gott Ich habe gerade fast alles getroffen außer zwei Er wollte blocken Alter Boah Junge Was willst du denn Was willst du denn? Ähm Oh oh Achso ich habe ihn noch gegeben Alter fuck Ach man Ach man Aua Lass Kanone Haa Jetzt geht's Oh Gott Lass Kanone Bam So Was bringt ihm das Mit Keepable in den Arsch zu schieben? Bam Bam Oh Damit habe ich nicht gerechnet Okay Jetzt Löschkanone Ich finde die Löschkanone macht zu wenig Schaden Ohne Witz Ich habe noch niemand mit Omega Blaster getroffen So Dann machen wir das jetzt Overflowing Ah jetzt Rip Oh oh Father Müll Tja Müll bleibt eben Müll Oh shit Hallo Trunks Broly Was Äh Trunks Was willst du gegen Broly Ausrichten Du kannst ja noch nicht mal gegen die Cyborgs gewinnen Jedenfalls Bevor Goocle Vermichtet hat So Jetzt aber Ich will wissen wie viel Schaden das richtig anrichtet Oh Leute Hallo Kannst du bitte sterben Er greift mir auch viel zu langsam an Äh Hör einfach auf Hör einfach auf Hör einfach auf Er macht's auch Er macht's auch Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Da kriegt er jetzt doppelt Rip Er kriegt jetzt Schaden von seiner Attacke auch teilweise mit Rein ey Ach du meine Fresse Das hat ihn fast down gemacht Oh hoppala Aua Mitten ins Gesicht Rip So jetzt ist nur noch Goku mit Wen ich hab hier am Leben gewesen Bapapapapap Goku hat sich auf Eure So Stop gemacht Dann haben wir Piccolo Oh Inferno Ultimativa Was auch immer Kampf Dem machen wir noch Dem machen wir noch Daraus hab ich jetzt noch Bock Ich bin müde Bis zur Ferien Oh So Das bräuchte Erfolgreich So Inferno Ultimativa Feuerkampf So Okay Zieh die Schwerte raus Johan Ich weiß Du willst es tun Zieh jedes einzelne raus So Oh mein Gott Er hat zu viele Leben Oh Gott Alter Damn Ach komm Null Ja okay Wenn ich ihm eh null mache Achtung Boah Gott ey Wenn Eltern ins Zimmer kommen Werden man aufnimmt Schlimm Schlimm Äh So Kann fortsetzen Ah Ich war gerade dabei Das arme Gebäude In die Luft zu springen So Auf der Suche nach Den Dragon Balls Und er will mich Unhissen Geh einfach weg Lelelelele Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele man macht doch wenigstens richtig ich weiß nicht wie das spiel funktioniert jetzt können wir ihm gleich schaden machen ja jetzt ja aua i am the prince of all say my powers overflowing wird aber kommt schon alter alter herr immer ich das gemacht habe es sah nicht schlecht Nein, nicht Kakarot! Verdammt. Nein. 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 Please not. No! Okay, rip. Aua. Au. Hör auf. Hör einfach rauf. Tja. So. Wir töten ihn einfach. Ist mir scheißegal. Hä? Ja! Okay, im Nahkampf hat er uns leicht an den Eiern. Haha. Jetzt reicht's. Was willst du im Nahkampf machen? Denn, ja gut, er will uns die ganze Zeit umarmen. Kakarot, ich liebe dich. Lad doch erstmal deinen Key, Junge. Das war dein Fehler. Huh. Okay. Easy going. Oh, no. Okay. Eine falsche Übersetzung. Er sagt, impossible. Und da steht, nein. Da sollte unglaublich stehen. Aber da waren sie wahrscheinlich zu faul. Egal. 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 Man will es ja nicht wortwörtlich übersetzen. Ist ja ungefähr das gleiche. Er kann es einfach nur nicht fassen. I can't believe it. Äh, so. Safe. And. Mach weiter. So. Gut. Jetzt kommen wir dann zur galaktischen Krise. Dann kommen wir gefahren. Du ultimative Kämpfer schlafen nicht. Janember. Und dann sind wir schon fast durch. Dann würde ich sagen, das war's. Bis zum nächsten Part. Wenn euch der Part gefallen hat, gebt dann hoch, wenn ich gebt dann runter. Bis dann. Und ciao, euer Firelexer. Könnt ihr gerne abonnieren, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Und ja, ich hoffe, dass meine Mutter in der nächsten Aufnahme nicht reinkommt. Bis dann. Und ciao, euer Firelexer.